Konsequenzen für Roos und sein Mobbing-Verhalten. Twitch greift endlich mit dem Banhammer durch. Von Marvin California. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin heute sehr, sehr gut gelaunt. Heute ist ein sehr, sehr schöner Tag und ich habe einfach mega gute Laune. Den ganzen Tag über hatte ich schon ein Lächeln auf den Lippen, wie ich es schon lange nicht mehr auf den Lippen hatte. Und der Grund für meine extrem gute Laune ist natürlich, morgen kommt endlich meine Mutter nach Amerika. Meine geliebte Mutter, meine Löwin, die mich alleine in einfachen Verhältnissen großgezogen hat, kommt morgen endlich hier in Amerika an. Ich freue mich sehr auf sie, sie freut sich sehr auf mich. Und meine geliebte Mutter, meine Löwin, die mich alleine in einfachen Verhältnissen großgezogen hat, kommt morgen endlich hier in Amerika an. Ich freue mich sehr auf sie, sie freut sich sehr auf mich. Und wir werden natürlich hier der jungen Dame eine vorzügliche Zeit hier bereiten. Der rote Teppich ist schon ausgerollt. Ich habe ihr natürlich ein feinstes Hotelzimmer besorgt, ja, dort auch direkt die Präsidentensuite gemietet. Also jetzt Real Talk, ja, komplett Ironie off. Das ist einfach wirklich die Presidential Suite von dem Hotel. Sie weiß davon noch nichts, dass es die Presidential Suite wird. Ich denke mal, das wird ihr sehr gefallen. Dann hat sie da Spa und so weiter, ja. Also, guck mal, bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich hätte auch sagen können, ja, komm, ab auf die Couch mit dir. Oder ich auf die Couch und sie in mein Bett. Ich finde das irgendwie komisch, weil ich weiß, was da alles geschehen ist auf dieser Matratze. Also, also ich bin ehrlich, ich würde meine Mutter, also wenn ich Platz hätte, wenn du eine winzige Wohnung hast, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn ich Platz hätte, würde ich meine Mutter immer bei mir schlafen lassen, irgendwie. Oder? Naja, egal. Richtig, also meine Ma kommt morgen zu mir. Ja, wir freuen uns sehr. Etwas, was man sicher nie hören wird von Typen wie Flair. Ja. Null Prozent, das ist überhaupt nicht witzig. Finde ich. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Dass jemand ein schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Ja, kommt, ja. Kleiner Seitenhieb muss sein. Denn auch der Flissmeister hat natürlich heute hier seinen lang erwarteten Diss-Track hochgeladen. Wo er auch mich endlich mal hier dis-technisch verewigt hat und auch auf Mutter geht. Dann können wir doch mal hier so ein bisschen auf süß antworten. Antworten, ja. Da ist doch gar kein Problem. Ah, stimmt. Ist noch passiert. Stimmt, stimmt. Flair hat ihn gedisst. Ja gut, dann kann man zumindest sagen, das ist halt seine Antwort, ja. Aber so in dem Kontext checkt man das halt nicht. Der Reaction-Youtuber Ruz wurde von Twitch gebannt. Habt ihr das mitbekommen? Twitch-Partner Ruz World has been banned. Ja, tönte es gestern. Ich glaube irgendwie so 3 Uhr deutscher Zeit. Das ist auf jeden Fall auch noch passiert. Man sieht auf jeden Fall an der Resonanz, dass viele wahrscheinlich auch finden, dass es durchaus gerechtfertigt ist, dass nach monatelanger Hetze, nach monatelangen Bedrohen, nach monatelangen Beleidigen aufs Übelste, also wir reden hier nicht von du Blödmann, du Dovian, sondern wir reden hier von Verleugnung. Von Lügen, von Hetze, von Leuten versuchen, die Karriere zu zerstören, die Lebensgrundlage zu nehmen. Alles von diesem Typen hier seit Monaten scheinbar ungestraft auf Twitch durchgezogen. Jetzt scheint es so, dass Twitch mal durchgegriffen hat und die Euphorie ist groß. Die Community. Das ist schon sehr manipulativ. Gar nicht mal so dumm. In der Vergangenheit hat Marvin sich rhetorisch einfältiger gezeigt. Das war jetzt schon schlauer, aber das ist trotzdem 100% manipulativ. Er zählt gerade alles auf, was ihn persönlich an Bruce nervt, Beleidigungen unterdrücken, Karriere kaputt machen. Übrigens alles Sachen, die auch mir gegenüber angetan wurden, aber ich will das Thema jetzt nicht nochmal aufmachen. Und er tut dann so, als ob Bruce deswegen gebannt wurde. Das stimmt ja gar nicht. Twitch war das alles scheißegal. Er ist gebannt worden wegen einer Meldung von einer Sache, die mit Marvin zu tun hat. Nicht wegen Beleidigungen. Das ist eine doch suggestive Manipulation. Also den Leuten wird so eingeredet, dass Twitch jetzt so wie Captain Justice oder wie das heißt hier reingeknallt hat und das komplette Verhalten von Bruce hätten verurteilt und ihn deswegen gebannt. Das stimmt natürlich nicht. Nee, der Grund ist nicht öffentlich. Dazu kann sich wenn, dann Bruce äußern. Auch auf Twitter zum Beispiel hier findet, dass hier endlich mal durchgegriffen wurde und das zu 100% gerechtfertigt ist. Es scheint wohl so, dass dieser Band für 14 Tage gültig ist. KuchenTV hat das auch nochmal aufgegriffen. Er hat auch so eine Reaktion zum Beispiel von einem großen Influencer hier natürlich, der auch sagt, das ist ein sehr wichtiges Zeichen von Twitch. Da diese Reaktion vom Kuchen haben wir gestern natürlich gottlos hops genommen. Dieser Reaction-YouTuber hier unter anderem Bushidos Kinder als HS bezeichnet hat, mich gedoxt hat. Und ja, guckt einfach auf dem Kanal hier von Roostroll. Da gibt es alle Updates zu diesen bizarren Ereignissen rund um diese bizarre Person. Es ist interessant, dass Twitch durchgegriffen hat. Ich hätte das nicht erwartet, weil man natürlich jetzt mittlerweile schon seit Monaten von diesen unangenehmen Menschen terrorisiert wird. Das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch andere Leute. Eigentlich alle Leute, die sich mal dagegen ausgesprochen haben, dass das, was sein Bruder da so von sich gegeben hat in diesem einen Video da, dass das halt kein normaler Dirty Talk war. Und dass es völlig egal ist, ob diese Zweijährige existiert oder nicht. Beim Gedanken an eine Zweijährige solche Gedanken zu äußern. Also da muss ich jetzt aber, da muss ich trotzdem jetzt nochmal reinkrätschen, weil das ist natürlich jetzt einfach eine komplette Verdrehung der Tatsachen. Das stimmt nicht, weil ich ja in diese Geschichte auch involviert war. Und es stimmt definitiv nicht, dass jeder, der diesen Sextalk nicht normal fand, der daran Kritik geäußert hat, dass jeder angegangen wurde. Das ist schlicht und ergreifend nicht die Wahrheit. Also da muss ich ganz klar dagegen halten, weil da habe ich auch mit Kritik geübt, auch an Marvin selbst, deswegen ist ja unser Streit wieder entfacht. Es ging nicht darum, ob jemand Kritik äußert oder ob jemand diesen Dirty Talk für verwerflich hält. Es ging darum, dass Leute vor Verurteilend vorangeschritten sind. So ein bisschen passiert es ja hier auch in dem Video, dass man sagt, ja jemand, der spricht zwar jetzt nicht aus, was seine Schlussfolgerung daraus ist, aber ja was ist denn mit jemandem, der in der Lage ist, bei einem Dirty Talk solche Fantasien zu äußern, die in so eine absurde Art und Weise gehen, dass da so ein Pädo-Szenario nachgestellt wird und dabei halt ein erigiertes Glied hat. Was ist denn dann mit der Person? Genau das war der Punkt, dass da einige vorangeschritten sind und gesagt haben, ja der ist dann hundertprozentig ein Pädo. Und das war das Problem, dieses Vorverurteilen und auch das Doxen von den Adressen von der Mutter, von der Tante, von Gewaltandrohungen und und und. Und da waren ja Leute wie dieser Ali Osman und 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 auch involviert. Und die Interaktion mit diesem Ali Osman und anderen und auch das Lobgeben, das war das Problem. Nicht einfach nur diesen Dirty Talk nicht gut zu finden. Ich habe wiederholt ganz klar ausgesprochen, dass ich diesen Dirty Talk auch nicht normal finde. Ich habe gesagt, das ist gestört. Finde ich nicht cool. Könnte ich nicht. Habe ich zigmal gesagt. Also hier wird jetzt Unrecht getan. So wenn Ruth gebannt wird, weil er gegen Richtlinien verstößt und das nicht regelkonform war, was er gemacht hat mit diesen Websites, wo diese persönlichen Daten von Marvin standen. Wenn das rechtens ist, dann hat Ruth diesen Bann halt bekommen und dann muss er ihn aussitzen. Das ist auch vollkommen okay. Aber jetzt so weit zu gehen, nur weil Ruth gerade nicht auf Twitch antworten kann und plötzlich jetzt die Story komplett neu zu erzählen oder anders zu erzählen aus dem eigenen Narrativ heraus oder mit die Leute, die jetzt noch auf Twitch sind, jetzt plötzlich diese Sichtweise übernehmen, das finde ich ist schon sehr manipulativ. Dabei von der Palme zu wählen kann man verurteilen. Ja, das haben viele gemacht und auf die hat das halt dann Ruth abgesehen. Das stimmt nicht. Warum hat es dann Ruth nicht auf Rezo abgesehen? Der hat es doch auch gemacht. Nee, nee, nee. Hat versucht, die Leute zu verleugnen, hat versucht, Lügen über sie zu verbreiten, wie zum Beispiel bei Belaş, dass der anscheinend eine Frau hat, die von irgendwem geschwächt hat. Weil Rezo viel zu groß ist. Ach so, aber Montana Black ist nicht groß. Maurice, ist Montana Black nicht groß. Warum hat sich Ruth dann gegen den gestellt? Das ist einfach kein Argument, sorry. Wurde, ähm, und dann hat die das Kind Belaş untergejubelt und Belaş ist ja so ein Trotte, dass der sich um dieses uneheliche Kind kümmert, ne. Und, äh, das hat Ruth mittlerweile auch zugegeben, dass er sich das nur ausgedacht hat und gerechtfertigt mit, ja jetzt kriegst du mal deine eigene Medizin, Belaş, ja. Also ich weiß nicht, wo das eigene Medizin ist, ne. Ja, aber nun gut. Mit erfundenen Storys. Ja, also mit der Aktion habe ich zum Beispiel auch nichts zu tun, mit diesem Erfinden von Storys. Aber es ist doch die eigene Medizin. Da wurde eine erst erfundene Story als Fakt verbreitet. Also zum einen, da gibt es nichts zu interpretieren und das sind ganz klar viele Neigungen. Und zum anderen diese, diese Behauptungen, dass ein Kind vor die Kamera gehalten wurde. Weil, ähm, solche Sachen zum Beispiel, er hat erfunden, dass ich irgendwelche Frauen zur Abtreibung gezwungen habe. Er hat erfunden, dass ich, äh, dass ich irgendwie Kinder habe, um die ich mich nicht kümmere oder sonst was, ja. Also wirklich, äh, von der übelsten Sorte. Man muss auch dazu sagen, dass, ähm, Ruth auch selber gesagt hat, in meine Richtung, ja, dass das nur der Anfang war und ich soll wohl abwarten. Und, äh, ich werde schon sehen, was er mit mir macht. Also wirklich komplett, ja, bösartig, diabolisch. Ja, okay, von mir aus ist bösartig, diabolisch, wenn man das so hört. Aber inwiefern unterscheidet sich das jetzt von den Sachen, die du über mich gesagt hast? Was hast du nicht alles über mich gesagt, Marvin? Du bist ein Nichts. Ein Nichts. Du wirst immer ein Nichts bleiben. Ich will, dass du jeden Tag aufwachst und wenn du einschläfst, meine Stimme hörst, wie sie sagt, du wirst niemals irgendetwas erreichen. Und, und, und. Ist das nicht böshaft? Das ist ja jetzt vor wenigen Tagen auch dazu gekommen, dass, äh, Ruth mich gedoxet hat. Ne, meinen alten Arbeitsplatz, da meinen Lebenslauf, da, äh, von irgendeiner Phishing-Seite, da bereits in seinem Stream gezeigt hat. Und, ähm, somit hat auch, äh, in Kauf genommen, hat, dass mein Arbeitsplatz jetzt E-Mails bekommt von, also mein ehemaliger Arbeitsplatz, ähm, von irgendwelchen Leuten, die da sagen, ja, die, die, die halt irgendwie, äh, nerven oder sowas, ne. Äh, meine Adresse wurde geleakt. Das heißt, auch dort hat, äh, Ruth in Kauf genommen. Was ist jetzt mit der Adresse? Was ist jetzt mit der Adresse? Kann, kann mir das endlich jetzt jemand gesichert bestätigen? Also, bei dem Stream, den, den ich gesehen habe, der mir geschickt wurde, dieser Ausschnitt, wo Ruth das zeigt, da hab ich jetzt keine Adresse gesehen. Gibt es da jetzt eine Adresse, die man sehen konnte von ihm, eine private Adresse oder nicht? Ich weiß es einfach nicht, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich habe nichts dergleichen gesehen. Dass mir irgendwelche Idioten Essensbestellungen schicken oder dass ich geswattet werde und so weiter. Ich, ich meine, ey, Leute, im Endeffekt, ihr wisst doch, wie es ist, ja. Ja, man muss nicht im selben Land leben, um einem irgendetwas, äh, irgendwie, um einem irgendwie zu schaden, wenn man, äh, die Adresse desjenigen kennt, ne. Man kann, äh, sowas alles virtuell machen, man kann so etwas online machen, man kann so etwas per Telefon machen. Ähm, das sind alles, äh, solche Sachen, äh, die wir schon sehr, sehr oft gesehen haben, ne. Ne, Kommandanzverbot war da auch jemand, der, äh, öfters mal, ähm, mit, äh, so etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und, äh, und in Amerika gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ich meine, ihr wisst ja das alles, ne, genau. Und dann, ähm, war das auch parallel bei Flair im Stream so, dass, äh, genau auch diese ganzen Detailzeiten von mir geleakt wurden. Der Flair, ja, der ja, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit ein Kollabo-Album rausgebracht hat, namens Cancel Culture Nightmare. Sozusagen, er ist der Nightmare der Cancel Culture, denn er ist so gegen Cancel Culture und so weiter, ne. Aber er möchte mich dann, weil ich mich dagegen wehre, dass ich gedoxet werde von Flair, mit, äh, drei Strikes auf meinem Kanal, drei DCMA-Claims, äh, striken und meinen Kanal canceln. Das muss man sich mal vorstellen, der Cancel, der Cancel Culture Nightmare, der Albtraum der Cancel Culture, möchte Leute canceln, die, äh, ja, nicht seiner Meinung sind, ne. Wie gesagt, äh, das ist auch der Typ, der meine Mutter gedoxet hat, ne, ähm, die, wie gesagt, ähm, jetzt, äh, morgen erscheint. Ich freue mich sehr auf sie. Es gibt natürlich auch andere Reaktionen, ne, auf Twitter zu diesem ganzen Bann. Unter anderem der, äh, Jaysus-Mod Redbone Bühn, Bühn, was weiß ich, ja. Ich weiß noch, dass der Mod bei, äh, Jaysus ist, neben Darth Murdered und, ich glaube, noch irgendeinem anderen. Und hat hier auf jeden Fall, äh, irgendwas an mich, äh, geschickt. Seht ihr, wie, das bin ich, ja, seht ihr, wie Marvin California woke wird? Ist das eigentlich diese Cancel Culture, vor der du dich so fürchtest und verabscheust, andere einfach cancels, aka sperren lässt, aka sperren lassen? Nun gut, äh, lieber Redbone Bühn, ich weiß nicht, ob dir das... Alter, meine Mods werden langsam Fame. Ready, wirst du Fame oder was? Ja, aber es verstößt gegen die Terms of Service von Twitch, andere Leute zu doxen, andere Leute zu terrorisieren, andere Leute zu bedrohen, andere Leute aufs Übelste zu beleidigen und zu verleugnen. Also, soweit ich weiß, ist dieser Bann nur für eine einzige Sache ausgesprochen worden, nicht für all diese Sachen, die Marvin da ausspricht. Das ist so nicht ganz korrekt. Und es wird geprüft und wenn es rechtens ist, dann ist es halt so. Dann wird, äh, Roos damit dealen müssen. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt ist trotzdem schon klar, dass es sich um eine Sache handelt und nicht um alle Sachen, die er gerade aufgezählt hat. Das ist, das ist so nicht korrekt. Cancel Culture nichts zu tun, sondern Twitch greift die einfach durch, so wie man es erwartet. Hier wird keiner gecancelt, weil der irgendwie zu mir sagt, Marvin, ich mag dich nicht. Marvin, ich bin da anderer Meinung. Ich, äh, äh, find dich doof oder sowas, ja? Darum geht es nicht, du Holzkopf. Hier geht es darum, dass... Hey, 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 Marvin! Was für Holzkopf? Meine Mods sind keine Holzköpfe. ... im Privatleben massiv versucht wird, äh, jemandem zu schaden. Ein Internet-Beef auf das Privatleben projiziert wird und ich mir das lange genug angesehen habe. Du reaktest selbst nur auf andere. Darum geht's nicht. Aber wenn andere über dich reden, drohst du mit Sperre. Egal, ob sie von dir erwähnt werden, du willst mit aller Macht ins Rap-Game, aber schreibst bei Gegenwind öffentlich Cops an. Ja, du harter Internet-Rambo, ja? Redbone. Wenn ich weiß, dass die größte Angst, die Flair hat, vor der Polizei ist, nach jahrelangen oder monatelangen Terror auf WhatsApp, wird dann mal so ein öffentlicher Tweet gemacht. Okay? So einfach ist das. Prinzipien hast du nicht. Spielregeln gelten nicht für dich. Du machst scheinbar nur alles nur für deinen Vorteil und deinen Profit. Lügst von P***** und lobst gleichzeitig Ali Osman. Du bist voll auf Trump reingefallen, merkst das nicht. Trotz 2000 Zuschauern musst du ja sehr einsam sein. Einsam und verzweifelt sein. Mein Beileid. Free Ruth Lee, Free Jaysus. Also ich glaube, Jaysus streamt immer noch. Yeah! Free Ruth Lee, also Redbone-Bühnen, der Moderator von Jaysus. Das ist hier also voll am Supporten von Doxen, Adresse-Leaken von Mütter-Doxen, von Arbeitsplatz-Doxen, von allen. Und so, wir brauchen kurz ein Statement. Redbone, da ich dich jetzt in der Leitung habe, um das ein für alle Mal klarzustellen, damit es auch Marvin Bescheid weiß, wenn ich das hier als Highlight hochlade. Supportest du Mütter-Doxen, Adresse-Doxen, Arbeitsplatz-Doxen, Mütter-Leaken und all das Zeug? Supportest du das? Natürlich nicht. Wie hast du dann den Hashtag Free Ruth Lee denn gemeint? Wie kann man das denn sonst verstehen? Naja, in erster Linie war Ruth nur der Aufhänger der Geschichte für die Kritik, um herauszustellen, wie widersprüchlich Marvin wieder war. Okay. Das heißt, mit Free Ruth Lee meinst du einfach nur, dass du dir was wünschst? Dass Ruth nicht gesperrt wird. Okay. Das war's schon. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du direkt an Marvin richten möchtest? Super Grüße. Und will nicht Trump. Perfekt. Dem schließe ich mich an. Danke, mein Lieber. Viel Spaß noch. Danke. Wir sehen uns im Chat. Redbone hat hiermit alles klargestellt. Selbstverständlich war sein Hashtag kein Supporten von Doxen und Blah. Das würde auch nicht zu unserem moralischen Kompass hier in meinem Stream passen. Und deswegen kurz und knapp widerlegt. ...sozusagen nicht erlaubt sind, ja. Und wo ist das Woke, Junge? Ja. Guck mal, ich wollte damit... Ach, da ist er direkt hier, ja. Da wird direkt hektisch hier in den Chat reingekommen. Ich lese es natürlich trotzdem vor, obwohl ich das sehr, sehr ekelhaft finde, ja. Wie du hier Doxen runterspielst. Guck mal, ich wollte damit nur deine Widersprüchlichkeit aufzeigen. Du gratulierst Trump zum Geburtstag, bist gegen Woke und redest über Cancel Culture, aber versuchst Jade zu sperren. Das ist doch Cancel Culture. Wo habe ich aktiv versucht, Jade zu sperren? Habe gesagt, dass ich mit Roos etc. nichts zu tun habe, dass mit Doxen etc. ich nicht cool finde. Ja, warum sagst du dann Free Roos? Du schreibst ja hier gerade Free Roos. Ja, als ob das nicht gerechtfertigt ist, dass der zumindest Tempo ja mal beurlaubt wird, dafür, dass er mich doxt. Free Roos Lee. Was willst du dir einem erzählen? Bekleckerst du dich jetzt ja gerade nicht mit Ruhm, ne. Auch natürlich die ganzen beleidigenden Chatnachrichten gegen mich und meine Person und teilweise auch gegen meine Familie, die natürlich auch bei euch im Chat komplett ungeahndet sind, mal davon abgesehen. Also, lieber Marvin, es ist ja okay. Ich habe ja schon gehört, während ich gestern gestreamt habe, dass du deine Aussagen mir gegenüber teilweise revidiert hast. Das heißt, du hast wohl zumindest teilweise selber eingesehen, dass es nicht klar ging, was du da versucht hast. Aber warum erzählst du denn jetzt Unwahrheiten? Es ist absolut nicht wahr, dass bei uns im Chat jegliche Beleidigung ungeahndet bleibt. Bei uns im Chat werden Beleidigungen geahndet. Ganz klar. Gegen jeden. Auch gegen dich. Egal gegen wen. Ja, da bekleckert ihr euch natürlich auch nicht mit Ruhm. Auch Jasis selber hat sich dazu geäußert. Der hat das gestern dann auch mitbekommen, dass Ruhs anscheinend gebannt wurde auf Twitch. Und Jasis meinte auch dann, dass er es sehr ekehaft findet, einen Kollegen auf Twitch zu striken. Ja. Damit kann ja nur Flair gemeint sein. Der mich mit drei DMCA-Claims auf drei VODs komplett von Twitch perma bannen lassen wollte. Ja, Marvin. Damit meinte ich auch, dass ich es bei Flair nicht cool finde und auch bei dir nicht. Ich weiß nicht, warum du das immer so machst. Damit meinte ich auf jeden Fall auch die Aktion bei Flair. Ich finde das immer scheiße, wenn man strikt. Habe ich auch gestern schon gesagt. Sage ich auch jetzt. Aber bild dir mal nicht ein, weil ich es dann bei Flair nicht gut finde. Ich es bei dir dann gut finde. Bei dir finde ich es auch kacke. Und mit Ruhs bin ich befreundet. Mit dir nicht. Weil ich glaube nicht, dass Jasis da irgendwie Unterschiede macht. Zwischen meiner Reaktion auf Doxen, auf Adresse-Leaken, auf monatelang Terror und monatelanges Mobben von mehreren Leuten auf eine Person. Nee, bei Ruhs ist es ein temporär Bann. Das hat mit Strike nichts zu tun. Also einen Bann hast du, der dauert dann eine gewisse Zeit. Und dann kannst du ganz normal weiter streamen. Also nochmal für alle Vollidioten. Hier wurde zuerst versucht, von Flair mich mit drei DMCA-Claims von Twitch löschen zu lassen. Und warum? Weil ich mich öffentlich darüber beschwert habe, dass Flair mich doxt. Ich will aber trotzdem noch was revidieren aus meinem anderen Statement. Also auch das stimmt nicht. Also ich weiß nicht, ob du das mit Absicht machst, Marvin. Aber du verdrehst hier einfach so ein bisschen die Tatsachen. Du bist auch von Flair nicht gestrikt worden, weil du dich über Doxing beschwert hast. Du bist wegen Copyright-Claim gestrikt worden. Versuch, guck mal, es ist doch okay. Ich habe ja gesagt, ich finde das auch nicht gut, das Striken. Bei niemandem. Also natürlich auch bei Flair nicht. Bei gar niemandem finde ich Striken gut. Aber sei es mal dahingestellt. Bleib doch bei der Wahrheit. Er hat dich nicht gestrikt, weil du deine Meinung über ihn gesagt hast. Oder weil du gesagt hast, du findest es scheiße, dass er dich doxt. Er hat dich gestrikt wegen Copyright. Was er in Wahrheit für Intentionen hatte. Ja, was hattest du denn für Intentionen bei Ruth? Können wir in deinen Kopf reinschauen oder was? Das ist ein schwaches Argument, Marvin. Was ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Und zwar habe ich da auch Jasis mit reingezählt in diese Trümmer-Truppe. Würde aber das revidieren, weil ich da schon zwischen ihm und dem Rest ein bisschen differenzieren wollen würde. Jasis hat mich nie gedoxt. Der hat nie irgendwie ein Foto von meiner Mutter gepostet oder den Klarnamen meiner Mutter oder den Wohnrat meiner Mutter oder sowas. Natürlich ist er mit Leuten cool, die ich natürlich sehr, sehr ekelhaft finde und so weiter. Aber das ist ja seine Entscheidung. Nee, Marvin. Also wenn du wirklich fair bist und wirklich ehrlich bist, dann ist es nicht einfach nur, weil es meine Entscheidung ist, dass das überhaupt gar nicht erwähnenswert sein sollte. Sondern es ist deswegen nicht erwähnenswert, dass ich mit denen gut bin. Weil du mit Leuten gut bist, die meinem krebskranken Vater den Tod gewünscht haben. Weil du mit Leuten gut bist, die meine Mutter beleidigt haben. Mehrfach. Weil du mit Leuten gut bist, die mir Gewalt angedroht haben. Und deswegen solltest du dieses Thema bei mir einfach gar nicht erwähnen. Du hast gar keinen Grund, das zu erwähnen, mit wem ich gut bin. Weil dann können wir darüber diskutieren, mit wem du gut bist. Wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Stein werfen. Ich weiß nicht mal, wie er sich da positioniert. Hiermit würde ich auch das revidieren, dass ich Jases second werde. Habe ich auch nicht gemacht. Er hat ja danach auf jeden Fall wieder kurz auf mich reagiert, wo ich auf den Farid Bang Song reagiert habe. Auf den neuen, auf Freitag der 13. Ja, nicht nur. Allerdings bei der Reaction auf Farid, wo ich auf dich reagiert habe, hast du auch wieder gedroht. Da hast du gesagt, lass den VOD online und jetzt kommt der DMCA irgendwas rein. Und was habe ich gemacht? Ich habe den VOD online gelassen. Weil ich mich nicht einschüchtern lasse von sowas. Ich habe einfach ganz normal weitergemacht. Ich bin nie so... Da guck mal, damit du das auch mal verstehst, Marvel. Ich habe nie einfach grundlos auf dich reagiert. Ich habe immer nur auf deine Attacken reagiert. Ich habe, als du in der letzten Zeit immer öfter angefangen hast, über mich zu lästern und gegen mich zu schießen, in deinen Streams. Ich hatte da zwei Wochen lang dich kein einziges Mal thematisiert gehabt in meinen Streams. Bis es bei dir so viel wurde, dass die Leute es gesammelt haben und mir geschickt haben. Dann habe ich wieder angefangen, darauf einzugehen, weil ich mir ja nichts gefallen lasse. Das solltest du dir, wenn du gerade auf dem Weg der Selbstreflexion bist, auch mal durch den Kopf gehen lassen. Was du in der Sache mit mir eigentlich gemacht hast. Wenn du jetzt schon mal anfängst zu unterscheiden, dann ist es zumindest ein Schritt zur Besserung. Aber das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. Dein Verhalten mir gegenüber war von Anfang an, warst du da im Unrecht. Weil ich habe dich einfach nur kritisiert, von Anfang an. Das ist einfach Fakt. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Da habe ich ja nichts gemacht. Das kann euch Redbone-Bühnen, kann euch das sicherlich nochmal bestätigen. Ja, dass dort keine Meldung oder keine Verwarnung meinerseits in Richtung Jaysis abgegeben wurde. Nee, wurde keine. Aber du hast damit gedroht. Und zwar wiederholt. Du hast in deinen Streams gedroht. Du hast in deinem Highlight gedroht. Und du hast sogar live gedroht, während wir auf dich reagiert haben. Das hast du mehrfach gemacht. Und es ist ja klar, dass jemand anderen auf jeden Fall hätte einschüchtern können. Auch in seiner Inbox landet. Also bei Jaysis würde ich das revidieren. Ich werde das wahrscheinlich dann auch nochmal auf YouTube hochladen, dass er das halt auch als Referenz hat. Jaysis, hier nochmal an dich. Du kannst gerne weiterhin auf mich reagieren. Alles beim Alten. Vielen Dank, Marvin. Wieso trefft ihr euch nicht einfach im DC? Ich habe tausendmal Marvin angeboten, dass wir eine Debatte führen können. Aber ich bin ja zu irrelevant gewesen. Ich muss dir da keine Sorgen machen. Ich fand das auch sehr sympathisch, wie ihr auf dem Bogota-Beat neulich gefreestylt habt. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, dass Jaysis kein schlechter ist eigentlich. Da würde ich wirklich sehr, sehr stark differenzieren wollen. Also ich muss sagen, darüber bin ich schon überrascht, Marvin. Darüber bin ich sehr überrascht. Weil in der letzten Zeit, da hast du anders über mich geredet. Auf jeden Fall. Döller. Okay. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen, wie crazy das mit Ruth ist, Alter. Wie sehr kann man mich denn bitte schön in eine Ecke drängen? Und wie sehr kann man sich einfach denken, man kann sich alles erloben? Ich biete Waffenstillstand an. Trotz der Tatsache, dass die mich gedoxt haben. Trotzdem verwendet Ruth getterne Abend in seinem letzten Stream vor dem Bann wieder meinen Content. Somit denkt er sich, ach, was will der? Ja, scheiß auf den. Soll nicht labern. Obwohl ich darum gebeten habe, in Zukunft meinen Content nicht mehr zu benutzen. Okay? Und wieder im gestrigen Stream beleidigt er mich aufs Übelste. Und droht damit meinen Kanal zu zerstören. Leute, was habe ich für eine Wahl? Was habe ich für eine Wahl? Soll ich mir von dem alles gefallen lassen? Soll ich mir von dem meinen Kanal zerstören lassen? Ich will nichts von dem. Der soll mich einfach in Ruhe lassen. Der soll mich einfach in Ruhe lassen. Ich will nichts von dem. Und wieder gestern hat er meinen echten Nachnamen verwendet. Und auf natürlich ein bisschen subtilere Art und Weise hat er jetzt versucht, einen neuen Spitznamen zu etablieren nach Vendingo. Wo es einfach nur einen Buchstaben aus meinem echten Nachnamen gibt, der einfach ersetzt wurde. Ja. Zwei. Dann nennt er komplett random einen Ort in Deutschland, der wie mein Nachname heißt. Junge, denkst du, ich bin komplett bescheuert? Und Ruhe meinte gestern auch nur in seinem Stream, dass es nichts daran ändert, dass ich ein Stück Scheiße bin, wenn er gebannt wird. Ja. Ich bleib ein Scheiße. Ich bleib dies. Ich bin das. Und bla bla bla. Ich habe mir das alles sehr, sehr lange gefallen lassen. Das permanente Beleidigen. Das Doxen meiner Mutter. Äh. Das Bedrohen. Die ganzen ekehaften Aktionen im Hintergrund. Die Lügen, die der über mich verbreitet hat. Frauen zur Abtreibung gezwungen und irgendwas, was da noch alles erzählt wurde. Weil ich Mitleid hatte. Ich würde auch durchdrehen, wenn mein Bruder sich daran aufgeilt, Fantasien mit einer Zweijährigen zu haben. Ich würde auch mich schon... Oh Mann, Alter. Ich bin es einfach leid, das immer zu beantworten. Aber was, also guck mal, was ich nicht verstehe bei dir, Marvin, ist, du hast doch jetzt unzählige Male deine Meinung zu dem Thema gesagt. Es ist ja okay. Aber kannst du, kannst du nicht einfach dich auf, insofern auf eine, auf einen Konsens einlassen, dass du nicht wissen kannst, was ihn aufgegeilt hat? Warum fällt es dir so schwer, das einfach zuzugeben, dass es unmöglich ist, das zu bewerten anhand dieses FaceTime-Gesprächs? Wenn es ein Kink war, wenn es ein Dirty Talk war, dann war das, was ihn aufgegeilt hat, die Frau. Was er für Mittel damit dafür benutzt hat, um sich an ihr aufzugeilen, dass er sie triggern wollte durch Dinge, die er gesagt hat, egal wie das entstanden ist, ob sie ihn dazu gebracht hat oder ob er von sich aus das gemacht hat, dass man das kritisiert. Dass man sagt, ey, wie kann man überhaupt in der Geilheit über solche Sachen sprechen? Das darf man. Ja, darf man. Aber behaupte doch nicht einfach, als wäre es ein Fakt, dass der, dass der Sinan sich auf das Kind aufgegeilt hat. Das ist nicht cool. Das ist genau der Grund gewesen, warum ich dich kritisiert habe. Ich verstehe nicht, warum du das immer wieder reproduzierst. Da kann ich verstehen, dass Ruth Sauer ist. ... und irgendwas, was da noch alles erzählt wurde, weil ich Mitleid hatte. Ich würde auch durchdrehen, wenn Bruder sich daran aufgeilt, Fantasien mit einer Zweijährigen zu haben. Ich würde auch mich schugger werden, aber ich lasse mir von dem Typen nicht weiter ans Bein pinkeln. Ich hatte lang genug Mitleid, ich habe mir das lang genug angeschaut. Ihr habt ja gemerkt, ich habe die letzten Tage weniger gestreamt, ich habe die letzten Tage weniger YouTube-Content hochgeladen. Ich habe mich voll und ganz darauf konzentriert, meinen Doktor in Twitch recht zu machen. Trotz allem, auch wenn ich sehe natürlich, dass die Schadenfreude auf Twitter, auf Twitch, jetzt gerade auch hier im Chat, und überall groß ist, ich habe nicht mal sowas wie Schadenfreude. Ich könnte hier auch sitzen, mir ein Ablachen, so hier Nelson von Simpsons, haha. Man kann nur hoffen, dass der sich die zwei Wochen Pause nutzt, um vielleicht mal wieder klar zu kommen. Denn all die Faves auf dem Tweet, dass er gebannt wurde, all die täglichen Dislikes auf seinen Uploads, all die negativen Kommentare, auch wenn er das immer sagt, weil es wahrscheinlich leichter ist, damit zu leben, sind nicht Bots. Das sind keine Telegram-Gruppen. Ja, das kann gut sein, ich habe zwar nicht gehört, dass, also es ist natürlich ein Unterschied zwischen Bots und Telegram-Gruppen. In Telegram-Gruppen sind echte Menschen, und diese Telegram-Gruppen sind aber tatsächlich real. Das wissen wir alle. Du hast selber über, wie hieß dieses Kolosseum, gesprochen. Und guck mal, von mir aus, da sind viele echte Menschen dabei, ja. Aber es gibt genauso viele echte Menschen, die solche Sachen über dich schreiben. Du solltest dir auch darüber Gedanken machen, gerade auch in deinem Verhalten mir gegenüber. Du scheinst ja eine gewisse Reflexion aktuell durchzumachen. Es sind zum großen Teil auch enttäuschte Fans, die es einfach nicht verstehen können, was in den letzten Monaten aus dir geworden ist. Da sind teilweise auch Fans, die mit deinem Was-Los-Folgen jahrelang Spaß hatten, die dich als Frohnatur kennengelernt haben, mit dir Hip-Hop zusammen feiern, jahrelang. Und jetzt auf einmal sehen, wie du seit mehreren Monaten eine ekelhafte Hetz-Kampagne gegen alle führst, die auch nur in entferntesten sagen, dass das, was dein Bruder da verzapft hat, kein ganz normaler Dirty Talk ist. Und auch wenn ich mir sicher bin, dass du mich nie mochtest, dass du mich immer nur bei dir haben würdest, weil du dachtest, oh, dann macht der wenigstens keine Videos gegen mich oder nicht mehr gegen mich. Ich mochte dich. Wenn du dich erinnerst, wo ich letztes Jahr bei dir im Stream war, wo ich extra nach Düsseldorf gekommen bin, um mit dir dann Abend zu chillen in deinem Stream, wovon du ja auch zwei Highlight-Videos hochgeladen hast, die, glaube ich, immer noch online sind, ist auch okay, lass die gerne online. Dann wirst du dich vielleicht zurückerinnern, dass wir danach auch sehr lang durch Düsseldorf spazieren gegangen sind. Ich dir da sehr, sehr viele Sachen auch aus meinem Privatleben erzählt habe, die ich dir im Privaten erzählt habe. Nicht, weil ich dachte, okay, dadurch punkte ich bei dir, dadurch kann ich mich irgendwie bei dir einschleimen oder sowas. Nein, ich habe dir einfach vertraut und habe mich einfach in dieser Situation damit gut gefühlt, dir Sachen aus meinem Privatleben anzueignen. Und wie du diese Sachen aus meinem Privatleben die letzten Monate subtil auch durch andere Leute verstreut, versucht hast, mit Lügen anzufeuern, mit Lügen zu verfälschen und gegen mich zu verwenden, hat gezeigt, dass du nie irgendwelche Sympathien für mich hattest. Und dieser Zwei-Wochen-Bann ist definitiv so etwas wie Karma. Viel zu lange gewartet. Bruder, ich habe, wie gesagt, ich bin ein empathischer Mensch, auch wenn diese Fraktion mich hinstellen möchte, als ob ich das abscheulichste Arsch bin, ja? Ja, also guck mal, ich sage es dir mal so, Marvin, niemand ist von Grund auf ein böser Mensch. Niemand. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Aber du hast mir gegenüber auf jeden Fall die letzten Monate wirklich alles, aber keine Empathie gegenübergebracht. Das, was ich jetzt heute von dir höre, ist zum ersten Mal so etwas wie Einsicht mir gegenüber. Die letzten Monate hast du 0% Empathie mir gegenüber gezeigt. Und das Verhalten kannte ich von letztem Jahr, da war das schon mal so gewesen. Also Empathie ist da wirklich was anderes. Was hat er von dir reagiert auf eine Farid Bang, auf meine Farid Bang Reaction, ja? Da wollte er wieder machen, ha, ha, guck mal, ja, der hat ja keine Ahnung von Hip-Hop, ja? Oh, guck mal, wie oft der stoppt. Oh, Junge, hat den seine Lache, die ist so fake und hi, 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 ha. Ja, wie gesagt, keiner, keiner soll auf Twitch wegen irgendetwas gelöscht werden, weil er auf irgendwelchen Content reagiert, weil er irgendwen vielleicht konstruktiv kritisiert oder auch weil er vielleicht gegen irgendwen ein bisschen schreibt. Ja, guck mal, hättest du von Anfang an diese Haltung gehabt, dann wäre diese Sache vielleicht auch anders verlaufen. Aber du hast am Anfang auf mich, auf meine konstruktive Kritik dir gegenüber absolut aggressiv reagiert, lieber Marvin. Absolut. Du hast wie eine getroffene Sau reagiert. Du bist sofort auf mich gegangen. Letztes Jahr schon mal und dieses Jahr auch wieder. Also es ist deine Sache, wirklich, musst du für dich selber ausmachen. Aber sag sowas nur, wenn es ehrlich gemeint ist. Ich dachte, letztes Jahr wäre es ehrlich gemeint gewesen und dieses Jahr ist die Scheiße wieder von vorn losgegangen. Deswegen, solche Worte, verinnerliche sie wirklich. Dann kommst du auch weiter. Du siehst, Alter, damit hat doch gar keiner ein Problem. Damit hat überhaupt niemand ein Problem. Jesus, wer wäre denn in der Lage zu beurteilen, ob es nur Dirty Talk war? Hm, lass mich kurz überlegen. Wer wäre in der Lage zu beurteilen, ob es ein Dirty Talk war? Hm. Ein Psychologe? Es gibt auf YouTube sehr, sehr viele ekelhafte Videos gegen mich, die ich auch alle stehen lassen habe. Aber beim aufs Privatleben gehen, ja, beim im Privatleben rumwühlen, beim Lügen über einen verbreiten, beim Doxen von der eigenen Person und von der Familie, der hört ja Spaß auf. So, ja, ähm, ja, ich denke, es ist eigentlich alles schon gesagt. Die, diese, diese Einsicht von Marvin kommt einigermaßen überraschend. Ähm, wie ehrlich sie gemeint ist, das, das werde ich beobachten, sage ich euch ganz ehrlich. Was die Punkte bei Roos betrifft, hier wurden ganz viele Sachen falsch dargestellt, äh, habe ich den Eindruck. Was den konkreten Vorwurf, den Ban und so weiter und diese Doxing-Geschichte zwischen den beiden betrifft, das müssen, müssen, müssen die im Prinzip unter sich ausmachen. Also insofern, als dass, wenn ein Ban aktiv wird und die Gegenseite das Recht hat, ähm, sich dagegen zu wehren, dann wird dann am Ende wahrscheinlich, äh, Twitch entscheiden. Und, äh, Roos wird dann für sich selber höchstwahrscheinlich die Konsequenzen ziehen, ob und wie er mit dem Stream wieder, äh, anfängt. Ich hoffe, so bald wie möglich. Ich habe Roos auf jeden Fall von meiner Seite aus empfohlen, einfach auszuweichen solange. Aber unterm Strich, ähm, bin ich natürlich weiter loyal zu Roos. Trotzdem stehe ich nur für meine Standpunkte, die ich vertreten habe. Ich habe nie irgendetwas gut gehießen, weder ein, äh, Dirty Talk noch Doxing oder sonst irgendwas. Äh, und deswegen waren diese Drohungen mir gegenüber, ähm, einfach unterste Schublade, dass Marvin, die jetzt zurücknimmt, ist, also, es ändert nichts für mich, weil ich hätte mich sowieso davon nicht, ähm, abhalten lassen, weiterzumachen. Ich hätte eiskalt weitergemacht. Dass er sie jetzt doch nicht machen will, ist auf jeden Fall ein Schritt zur Besserung. Aber eigentlich, 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 wenn man richtig stabil wäre, müsste man Mann genug sein, um sich dafür sowas zu entschuldigen. Mich, mir sowas anzudrohen, obwohl ich nichts dergleichen dir gegenüber gemacht hatte, ist einfach Unrecht gewesen. Und deswegen, ja, ich beobachte, was Marvin weiterhin macht. Ich werde weiterhin meine Meinung, äh, zu Marvin sagen. Und ich bin, äh, weiterhin mit Roos bei sehr vielen Punkten auf einer Linie. Und, äh, halte hier so lange die Stellung, bis er zurückkommt. Und, äh, halte hier so lange die Stellung, bis er zurückkommt. Und, äh, halte hier so lange die Stellung. Untertitelung des ZDF, 2020